herzlich willkommen liebe sammler und sammlerinnen heute werde ich euch meine kurzen neue zugänge zeigen ja dann fangen wir an vielleicht mit dem teil hier so ein super nintendo spiel dann habe ich noch ein was mit dass das hier an zwar das ist hier eine video 8 kassette ja dann haben wir noch ein cd album der hat sogar hier mit cdg cd mit grafik dann habe ich noch anderen spieler zum beispiel die habe ich mir jetzt gerade heute den habe ich jetzt mir gerade in dies gekauft also jetzt gerade in bochum es gab ja so ein japanisches geschäft und dachte ich auch das ist ja günstig 650 wieso nicht sondern von gestern hatte ich noch ein päckchen bekommen und zwar habe ich das hier für nintendo switch doki doki literaturclub plus ich habe ja übrigens die playstation 4 variante dann habe ich noch von freitag habe ich mir freitag habe ich mir das hier geholt das habe ich mir in düsseldorf gekauft weil relativ günstig war für fünf euro weil der typ hat keine ahnung was es ist aber die läuft nur auf der umgebauten umgebauten playstation 2 jetzt seht ihr schon das nächste finale ist ja das nintendo switch light ja koral ist aus wie pink aber auch nicht informationsbox ja ich hoffe das hat euch gefallen einfach meine like einfach einen kommentar schreiben und dann wenn ihr lust habt könnt ihr gerne meine facebook seite nein also bis zum nächsten